Ich will, wer weiß, wenn ich noch so mache. Hier einmal und hier einmal. Ja, kann man machen. Das lässt sich so. Das sieht okay aus. Irgendwie komisch, aber okay. Ich habe den Gleans noch weggepackt. Oh, in die Diamantenkiste. Ach, ihr weiß auch, wie ich das hier mit Brot René gebaut habe. Das war schön. Vielleicht nehme ich ihn auch nochmal mit rein. Ich glaube aber nicht, dass er Lust hat. Wobei ich es nicht weiß. Das wurde auch hier nur eigentlich kein Together, weil es mir zu umständlich war. Weil beim Together müssen ja immer beide da sein. Und das ist dann sehr nervig. Da musst du sehr viel voraufnehmen. Weil du nicht weißt, wenn beide wieder Zeit haben. Ja genau. Hier, tun wir in die Items. Komm, geben wir uns doch mal... 64 Diamanten. Okay, das war das. So. Gut, wir brauchen mehr Zäune. Ich würde euch extrem gerne... Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe im Urlaub ein Schachspiel gesehen. Ein sonderbares Schachspiel. Sagen wir es mal so. Ich würde jetzt hier gerne ein Bild einblenden. Ich habe es auch fotografiert. Aber ich glaube, dann würde ich einen Strike kassieren. Und irgendwer, dass auch nur ein einziger das meldet. Das Video. Weil Hakenkreuze drauf zu sehen sind. Und zwar... War das ein Schachspiel. Links. Stalin. Schön mit der Flagge halt. Etc. Und rechts. Ja, die Deutschen. Auch mit der Fahne des Dritten Reiches dann. War mal irgendwie sonderbar. Fand ich ganz lustig eigentlich. Einfach nur die Stumpfheit zu ein Schachspiel zu produzieren. Ja, ich habe nämlich dort exzessiv nach hochwertigen Schachspielen gesucht. Hat aber nicht so gut geklappt, weil die nur irgendwelche komischen einheimischen Spiele hatten. Und kein Schach. Und das ist halt das Einzige, was ich gefunden habe. Aber das wollte ich dann nicht haben. Weil, ne. Sowas ist dann doch ein bisschen... Ich könnte es zensieren und hier einblenden. Mal gucken, ob ich es mache. Wenn, dann habe ich es hier eingeblendet. Gerade. Ich schreibe mir mal kurz Zeit auf. Für euch denn hier einen Stift. Da. Das habe ich gesagt bei ungefähr 18.30. So ungefähr. Ähm, mein Großmembran aus dem Brenz bestellt. Ich habe mir den jetzt nicht nur fürs Let's Playing gekauft, sondern auch vor allem, weil mein Headset schon wieder in die Brüche geht. Und ich einfach mit Headset nicht umgehen kann. Nicht, dass Headset schlecht sind. Ich liebe Headset eigentlich viel mehr. Aber ich mache meine Dauer kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Aber sie sind dauernd kaputt. Und da habe ich mir gedacht, so ein Großmembran-Mikrofon kann ja nicht so einfach kaputt gehen. Hoffe ich. Dann nimmst du das. Was ist das denn? Bacon. Barkorn. Keine Ahnung. Ich weiß, was das ist. So. Äh, zack. Getting Wood. Wow. Das finde ich übrigens doof, dass sie das in jeder Version irgendwie wieder zurücksetzen. Das machen wir mal so. Zack. Zack. So. Und dann nochmal hier. Viel zu viele Zäune gemacht. Oh, es ruckelt schon wieder. So. Und so. So. Zack. Zack. Okay, und da möchte ich noch irgendwie einen Weg zu dieser kleinen Insel. Darüber haben. Den machen wir auch nochmal eben. So. 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 Ne, es sieht total dumm aus. Das lasse ich. Das lasse ich einfach weg. Nein, bitte nicht. Ach, Strömung zerstört. Natürlich. Oh, jetzt nehme ich für den. Gut, ich brauche Stahl. Mein Gott. Ich werde jetzt wissen, was das ist. Das Problem wird so aus. Was? Zum Geier. Hä? Was ist denn hier oben jetzt alles los? Vival, Creative, Adventure. Okay. Das will ich jetzt gerne mal kurz ausprobieren, nachdem wir das hier repariert haben. Ich schmeiß es danach natürlich wieder weg. Also das werden wir nicht behalten. Jetzt hat mich die Neugier gepackt. Ich mache nichts. Nein, das ist nicht ganz viel. Die Neugier... äh, falls ihr übrigens näheres zu dem Ding da erklären könnt, schreibt's mir ruhig mal wieder in eure Kommentare, vor allem wie man das craftet, was das bringt, ich hab's das Gefühl, das kann irgendwelche Metalle in andere Metalle verwandeln, so sah das grad auf jeden Fall aus, weil da alles abgebildet war, so Gold, Diamanteisen, Zwang, war da Eisen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wollte jemand zum Barack und die postfiertes, Redstone vielleicht Eisen, gucken wir, zack, äh, die Zäune hier, so, gut, und wir probieren das Ding jetzt eben auch, was ist jetzt los, was, zum Kuckuck Äh, okay, ich pack einfach mal, hier, gib mir mal bitte, äh, ich schmeiß das durch alles richtig wieder weg, sonst ist es ja selbstverständlich nicht mal, so Gott, und nun, okay, wir probieren das jetzt aus, ich will das jetzt wissen, easy, normal, peaceful, äh, YouTube, gut, wie heißt das Ding, Minecraft, Minecraft, äh, bei, Barcon, Barcon, Block, oder wie wird die Scheiße herausgesprochen? Mein allerliebster Lieblings-Youtuber, also ich mag ihn überhaupt nicht, ich werd den Namen jetzt aber mal einfach nicht sagen, äh, dessen Video werde ich nicht nehmen, ich nehme einfach mal das hier und hoffe, dass der Ton, so, weg den Ton, äh, bäh, 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 b minecraft wiki microsoft wiki wie wird das ding ausgesprochen so wie kraftet man das denn was ist das denn obsidian glass nita star nita star nita star nita star ist droppt von der witter was ist das denn das ist das denn für vieh neuer boss anscheinend okay das lese ich mir nachher durch aber ich will ausruhen dass das hier bringt user when the player crafts bla 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 okay okay das wollen wir jetzt mal aus wieder das will ich jetzt testen unbedingt also anscheinend brauchen wir die hier ist da was so lassen wir machen das gleich und zwar geht es darunter habe ich noch holster barriere wir haben jetzt wie lange aufgenommen schon 27 minuten ja dann machen wir die 30 mal voll machen das gleich noch aber ich will jetzt hier nicht so viel zeit raus zögern vor allem weil es wahrscheinlich auch nicht so toll ankommt wenn ich hier die ganze zeit im wiki im rum klicken bin äh genau so 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 ging das irgendwie so ja genau geht perfekt wie gesagt wie gesagt ich probiere gerne sachen mit ich trinke jetzt mal einen schluck bevor ich weiterrede ich probiere gerne sachen aus oder euch auch wenn ich dafür entschieden muss und das nicht so toll ankommt aber irgendwie so so ihr seht gleich was ich damit vor ja und wenn ich das jetzt nicht so machen würde würden wir wahrscheinlich ewigkeiten brauchen weil ich nicht meine ahnung wo ich diesen blöden boss finde doch kaputt so das glas das soll kein glas sein im schwert geht glas schneller kaputt überhaupt zumindest mal so vor 80 ewigkeiten ganz früher war das glas schneller kaputt geht mit dem schwert ich bin ziemlich sicher so hat mich das gestört so ähm ich cheate zwar schon wieder mein leben ne aber oh man ey ich suche glaube ich das nächste mal wieder ein anderes texture pack das wird mir langsam ein bisschen zu albern äh falls ihr texture pack wünscht habt ihr immer in die kommentare auch wenn ich das schon tausendmal gefragt habe und immer beim texture pack geblieben bin ich glaube dieser wechsel ich wirklich nehmt es nicht so übel 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 gut